Hi Leute, der Fastnachtumzug in Rot fällt genauso wie letztes Jahr ins Wasser. Wir werden mit der wasserdichten GoPro filmen und da hört man zwar nicht so viel Ton, aber man sieht etwas, auch wenn es richtig stark verregnet ist. Tut mir leid, wir können nichts daran ändern. Dafür war der Umzug in Malsch einfach hervorragend. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen, euer TV-ÜBRIGINAL-Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020